Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zur Mathematik. Heute mit den Abbildungen natürlich wieder und der Injektivität, der Surjektivität und der Biektivität. Und ja, die drei hängen stark zusammen, deswegen machen wir das heute in einem. Okay, tatsächlich ist das Thema auch überhaupt nicht so komplex. Habt da bitte keine Angst vor, aber es wird euch im Studium natürlich häufiger mal um die Ohren fliegen. Also, gerade wenn man irgendwie eine Abbildung gegeben hat, dann muss man beweisen, dass irgendeine Abbildung, die bijektiv ist oder injektiv ist, irgendwas anderes tut. So, und deswegen ist es wichtig, dass ihr die Eigenschaften von injektiven und surjektiven und bijektiven Funktionen beziehungsweise Abbildungen kennt. Okay, also, was genau ist denn die Injektivität? Wir machen uns diesmal so, dass ich euch das zuerst erkläre mit meinen Worten, was das genau bedeutet und ihr es anschaulich sehen könnt. Und danach schauen wir uns die offizielle formelle Definition an. Genau. Okay, also, bei der Injektivität ist es so, dass jedes Element aus A braucht ja so oder so einen Partner aus B, sonst wäre die Funktion f von A nicht richtig definiert. Das heißt, wir müssen sowieso immer von jedem Element in A ein Element in B haben. Das ist einfach in der Definition von einer Abbildung dabei. Bei der Injektivität ist es jetzt allerdings so, dass jedes Element in A, also in unserem Fall 1, 3 und 4, ein anderes Element in B referenzieren. Das heißt, f von 1 muss was anderes sein wie f von 3, muss was anderes sein wie f von 4. Die dürfen nicht auf dieselbe Zahl zeigen. Das heißt, 1 auf 2, 3 auf 6 und 4 auf 8, das wäre injektiv. Die 4 hat hier keinen Partner. Das ist ja in Ordnung für eine Funktion f von A nach B, wenn ein Element aus B nicht als Ziel gewählt werden kann, sozusagen. Aber auf der anderen Seite, was für eine injektive Funktion nicht okay ist, ist, wenn 1 und 3 zum Beispiel beide auf 2 zeigen. Das geht nicht. Das ist einfach nicht erlaubt. Und die Definition dahinter sieht dann so aus. Eine injektive Funktion für eine, oder Abbildung, für eine Abbildung f von der Menge A auf die Menge B heißt injektiv, falls das folgende gilt, f von A gleich B impliziert A gleich B. Das sieht ein bisschen kompliziert aus. Das heißt aber im Endeffekt, hey, wenn hier in meinem, äh, in B, wenn f von 2 rauskommt, naja, dann muss, muss auf jeden Fall gelten, dass die Zahl, die dahin zeigt, immer dieselbe ist. Also, wenn hier f von 2 gleich 2 ist, ja, das heißt, diese Zahl hier wird gewählt, als Partner in B sozusagen, dann muss auf jeden Fall dieselbe Zahl dahin gezeigt haben. Sprich, es muss auf jeden Fall 1 sein, also A gleich B. Dementsprechend, 3 kann es nicht sein, es muss immer die 1 sein. Es ist immer eine eindeutige Zahl sozusagen, das ist die offizielle Definition. Es gibt aber noch ein paar weitere Eigenschaften, die man sich daraus leiten kann. Das heißt, es gilt, für alle Bs in B gibt es höchstens ein A in A, sodass f von A gleich B gilt, ja. Und wenn man das formell aufschreiben möchte, dann sieht das Ganze so aus, wenn wir ein, ähm, wenn wir die Umkehrfunktion, oder, ähm, nicht die Umkehrfunktion, Entschuldigung, das wäre vorweg gegriffen, ähm, wenn wir das Urbild von einem Element in B berechnen, also hier quasi f hoch minus 1 von B, ähm, und daraus den Betrag nehmen, sprich die Anzahl an Elementen, die in dieser Menge drin sind, ja, da müsst ihr euch an das letzte Video erinnern, dann ist das immer entweder 0 oder 1. Das sieht formell ein bisschen furchtbar aus, und wir haben hier auch ein neues Zeichen, was ich kurz erklären möchte, für alle B in B, ja, und das heißt, das gilt für jedes einzelne B hier drin. Das ist, als würde man diese Bedingung hier überprüfen, mit einer Schleife sozusagen, und jedes Element einmal kurz angucken, das heißt, f hoch minus 1 von 2. Ähm, wie viele Elemente hat das? Naja, das ist in unserem Fall nur die 1, das heißt, eine einelementige Menge hier drin, mit nur der 1 drin, und wir rechnen den Betrag aus, also ist ein Element da drin. So, der Betrag ist immer die Anzahl an Elementen in einer Menge, das sind diese Betragsstriche hier. Okay, wir rechnen das für die 6 aus, das heißt, f hoch minus 1 von 6 wäre nur die Menge mit der 3 drin, daraus gezählt, wie viele Elemente drin sind, naja, eben auch wieder 1, also auch hier ist das erfüllt. Ähm, die Menge, oder f hoch minus 1 von 4 hat gar keine Menge, also eine leere Menge im Endeffekt, das heißt, ich zähle, wie viele Elemente sind in meiner leeren Menge, naja, 0, also ist das Element 0. Das ist das, was hier steht. Sprich, jedes Element braucht einen anderen Partner in B, für jedes Element hier in A sozusagen. Das ist die Injektivität. So, in 150 verschiedenen Weisen erklärt. Okay, ähm, wir sind noch nicht ganz fertig, wir wollen uns noch die B-Aktivität an, äh, die Sujektivität angucken, danach die B-Aktivität. Die Sujektivität ist nicht unbedingt Injektivität, ja. Also, das kann passieren, dazu kommen wir gleich. Aber hier sehen wir zum Beispiel, wenn wir hier das f hoch minus 1, um ganz kurz nochmal Injektivität fertig zu machen, wenn wir hier f hoch minus 1 von 2 in diesem Fall hier errechnen, dann sind das die Elemente 1 und 4, sprich, wir haben eine 2-elementige Menge und wenn wir eine injektive Funktion haben, dann darf das maximal 0 oder 1 sein, ja. Das heißt, f von A gleich 2 heißt in dem Fall nicht unbedingt, dass 1 gleich 4 ist, ist ja offensichtlich nicht der Fall. Das heißt, das hier ist keine injektive Funktion, aber es ist eine surjektive Funktion, denn bei einer surjektiven Funktion sieht das Ganze ein kleines bisschen anders aus. Bei einer surjektiven Funktion haben wir, dass jedes Element in B mindestens einmal getroffen werden muss, ja. Das heißt, es gibt kein Element, wie bei der Injektivität hier vorne, die 4, die keinen Partner in A hat. Und das heißt, was hier steht, ist im Endeffekt, jedes Element braucht mindestens einen Partner, also aus B braucht jedes Element mindestens eins aus A, was drauf zeigt. Dürfen mehrere sein, völlig egal, aber surjektiv ist es, wenn jedes Element in B mindestens einmal getroffen wird. Und naja, jedes Element in A muss mindestens ein Element in B treffen, weil das ist die Definition von einer Abbildung. Also, wie sieht das formal aus? Wenn wir die surjektivität definieren und auch wieder hier haben wir eine Abbildung f von A nach B, dann heißt eine Funktion f surjektiv oder Abbildung surjektiv, falls gilt, und hier auch wieder dieses für alle Zeichen, jedes, also für alle Elemente B, klein B, in Groß B, also in der Menge Groß B gilt, es existiert ein A aus A, also irgendeins aus A gibt es, sodass eben f von A gleich B ist. Das heißt, für jedes Element hier drin haben wir eines aus A, dass, wenn wir es in die Funktion packen, es ein B hier drin gibt, äh, gibt, oder abdeckt sozusagen. Und das gilt halt für jedes B. Das heißt, jedes B wird auch getroffen. Okay? Das ist quasi die offizielle Definition. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch wiederum einige Sachen für mein Urbild. Nämlich, wenn ich hier auch wieder die Menge an Urbildern zähle für jedes Element in B, dann ist dieses Mal das Ding größer gleich 1. Das heißt, wenn wir zum Beispiel uns die 6 angucken, dann haben wir hier, okay, wie berechne ich mein Urbild? f hoch minus 1 von B. Welche Elemente zeigen auf 6? Naja, das wäre die Menge aus 3. Ja, also nur die 3 ist in dieser Menge drin. Jetzt zähle ich, wie viele Elemente sind in meiner 3 drin. Das sind diese Betragsstriche hier. Das ist genau ein Element, nämlich die 3. Und dementsprechend bin ich bei gleich 1. Das heißt, das Ding hier ist erfüllt. Das ist ein größer gleich. Das heißt, das ist in Ordnung, wenn es 1 oder mehr ist. Okay, cool. Wenn wir jetzt allerdings uns, also die 8 ist langweilig, ist genau dasselbe wie die 6, aber wenn wir uns die 2 angucken, dann sieht das anders aus wie bei der Injektivität. Das habe ich euch gerade schon kurz erzählt. f hoch minus 1 von 2 wäre die Menge aus 1 und 4. Und die Menge aus 1 und 4 hat zwei Elemente. Das heißt, wenn ich hier zähle, also Betragsstriche nehme, dann habe ich hier 2 drin. Also 2 ist ja auch größer gleich 1. Das ist in Ordnung hier, aber für die Injektivität war es wie gesagt nicht möglich. Anders als bei der Injektivität übrigens, wenn ich jetzt ein Element 10 hätte hier unten und es hätte keinen Partner in A, dann wäre natürlich die Menge von f hoch minus 1 von 10 wäre 0. Und das wäre nach der Definition hier nicht mehr in Ordnung. Das heißt, das hier bedeutet quasi, okay, dann ist die Funktion halt nicht so injektiv. Okay. Und ja, daraus kann ich ein bisschen was schlussfolgern. Das heißt nämlich, dass das Bild von f b ist. Warum? Naja, weil jedes Element in b getroffen wird und das Bild von f bezeichnet ja gerade jedes Element aus b, das getroffen werden kann. Und wenn jedes Element getroffen werden muss, dann ist auch das Bild von f die ganze Menge b. Das ist genau so soll das sein. Ja, okay. So, was ist jetzt also noch B-Jektivität? Und hier kommen wir zu der Verschmelzung von beiden. Nämlich, das Ganze sieht relativ simpel so aus. Die B-Jektivität sehen wir hier eigentlich auch ganz schön. Wenn f eine Abbildung ist, dann heißt das Ding B-Jektiv, falls das Ding eben injektiv und surjektiv ist. So, jetzt einmal ganz kurz anschaulich gesprochen. Die Injektivität, noch mal ganz kurz zum Wiederholen war, es darf durchaus Elemente geben, die nicht getroffen werden. Ja, das ist okay. Aber es darf kein Element doppelt getroffen werden. Das heißt, wir haben mindestens, wir haben maximal einen Partner für jedes Element aus b. Ja, also das heißt, jedes Element aus b wird von maximal einem aus a getroffen. So, wenn wir jetzt allerdings die Surjektivität dazuzählen, dann heißt das im Endeffekt, jedes Element aus b wird mindestens einmal getroffen. So, und jetzt wird es lustig, wenn ich die beiden verschmelze aus maximal und minimal 1, kommt natürlich exakt 1 raus. Das heißt, jedes Element aus b wird exakt einmal getroffen. Okay, cool. Jetzt nehmen wir noch eine weitere Sache dazu. Nämlich bedenkt, dass eine Abbildung f, die von a nach b geht, für jeden Partner in a definiert sein muss. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine 5 drin habe, noch zusätzlich zu den Elementen, dann muss ich ein Element in b haben, das ein Partner ist. Das heißt, f von 5 muss hier irgendwie vertreten sein, als was auch immer. Und dementsprechend, wenn wir diese Eigenschaft plus B-Aktivität haben, dann kommen wir eigentlich nicht umhin, dass, ja, es eigentlich eine relativ angenehme Funktion ist, sozusagen. Okay. Also, was das bedeutet, ist folgendes. Das habe ich gerade schon gesagt. Das Urbild, also f hoch minus 1 von b für alle Elemente b in b, wenn wir das zählen, dann kommt ja genau 1 raus. Das heißt, wenn wir hier schauen, okay, welche Elemente zeigen auf meine 2, kann nur 1 sein, nämlich die Zahl 1 tatsächlich. Und wir zählen das, ist nur 1 drin. Das heißt, hier ist exakt gleich 1. Das gilt für das, das gilt für das, das gilt für das. Das gilt für jedes Element in b, sonst ist das Ding nicht bijektiv. Und dementsprechend, wie gesagt, wenn wir die Abbildungseigenschaft noch dazu nehmen, kommen wir, achso, übrigens, wir haben natürlich auch noch das Bild von f, ist natürlich auch b. Das war quasi bei der Subjektivität mit dabei. Und wenn wir das jetzt kompliziert aufschreiben wollen, dann bedeutet das, für a, a Schlange, das ist einfach ein anderes Element, die sind beide in a drin, und wir wollten sie alle irgendwie a nennen, damit es eindeutig ist, dass sie aus a sind, deswegen diese Schlange oben drüber. Wenn die beiden Elemente unterschiedlich sind, dann bedeutet das auch automatisch, dass f von a ungleich f von a Schlange ist. Das heißt, wenn ich hier quasi die Funktion anwende auf 1 und auf 2, muss unbedingt ein anderes Element rauskommen. Auch das spricht eigentlich daher. Und wenn wir das jetzt alles zusammenwerfen, dann kommen wir eigentlich nicht anders als, ja, für endliche, achso, ja, nur für endliche Mengen gilt das, aber grundsätzlich gilt für jede endliche Menge dann, die eine biektive Abbildung hier hat. Wenn a und b beide endlich sind, dann haben die auch exakt gleich viele Elemente, und jedes Element in b wird von exakt einem Element in a getroffen. Das ist ziemlich cool. Damit lässt sich leichter irgendwas beweisen. Wenn ihr irgendeine biektive Abbildung habt, dann erinnert euch an all diese Informationen, die ich euch gerade hier gedroppt habe. Und ihr könnt die einfach mal aufschreiben, zum Beispiel in der Prüfung, könnt ihr einfach schreiben, okay, das sind meine Eigenschaften. Einfach nur, weil es eine Abbildung ist, und einfach nur, weil es biektiv ist, ist es eben injektiv, so injektiv hat diese Eigenschaften, die wir alle jetzt heute durchgegangen sind. Und damit lässt sich dann teilweise wirklich schon was sehr, sehr viel leichter beweisen. Aber zu Beweistechniken kommen wir noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute mal ein bisschen komplexer, würde ich behaupten. Aber ich glaube, man kann es verraften. Also, ja, holt euch vielleicht so ein bisschen diese, naja, lasst euch ein bisschen Zeit, um das Ganze sacken zu lassen. Und ich glaube, man kann es sich anschaulich super erklären. Wichtig sind aber trotzdem diese Eigenschaften hier, dass man die auch eben formal aufschreiben kann. Gut, das war es von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.